okay ich glaube das erste was ich will ist das da so jetzt erstmal ruhe jetzt muss ich nur diesen eisblock hier oben aufbringen das geht eigentlich ganz einfach in dem dass wir den eisblock hier okay das war vielleicht ein bisschen dämlich hier hinstellen hier dagegen schließen spiegel müssen doch funktion schade okay so so geht es nicht nein ach ich mach es mir noch einfacher wer braucht schon spiegel nein nein ich kann nicht okay gut dass das erschwert die ganze sache natürlich das war jetzt zu fein okay wir müssen den eisblock ich glaube ich weiß wie so shit wir können uns ja selbst dahin teleportieren ja okay das geht ich würde gerne das ist schwer moment aber wir kriegen das hin wir müssen ein eisblock hier hinkriegen und gleichzeitig müssen wir hier unten drin stehen um den da hoch schieben zu können boah okay das ist nicht ohne okay okay dann können wir ihn auch nicht mehr schieben ne 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 mit power hier drin noch ein spiegel wünschen ordered vielleicht ein bisschen einfacher machen und so würden wir uns wahrscheinlich töten das will ich aber auch gar nicht einfach mal versuchen was passiert ok ein instant tot ich hab's mir schon gedacht ich habe gehofft nur ein bisschen schaden und dass wir dann nach links laufen können müssen wir mit dir vielleicht tatsächlich noch was machen bevor ich dich töte versuche ich jetzt folgendes ja alter nur zur testweise kannst du den block verschieben ja kannst du das heißt wenn ich dich hierhin teleportiere dann gibt sich das gar nichts ok geister du mal hier ein bisschen rum na vielleicht funktioniert es ja na ok kann der den wegschieben mit ne das sowieso nicht ok hm boah das ist echt schwierig ok ok das ist echt Ah. Ja, gut, das. Ich hab einen Denkfehler. Ich hab irgendwo einen Denkfehler in meiner Überlegung. Und der ist bestimmt genauso einfach wie die anderen Rätsel auch. Das Einzige, was wir noch müssen, ist wenn wir alles blockieren, kriegen hier unten irgendeine Kraft rein, die das Ding dann noch umschiebt. Mehr muss es doch eigentlich nicht sein. Oder? Nur mal so testweise. Okay. Okay. Mann, das nervt. Sorry, wenn wir uns jetzt ewig aufhalten. Können wir... Das können wir auch nicht. So. So. Gut, meine Vermutung war, ich mach das und geh nochmal schnell unten rein, aber das hat mir nicht so ganz geklappt. Weil der Eisblock dafür einfach zu schnell ist, einen Versuch machen wir noch, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, ganz ehrlich, es ist zum Haare raufen. Also den Eisblock hier eins runter, ich glaube, das ist schon mal nicht die verkehrteste Idee, bestimmt liegt da schon der grundlegende Fehler. Ich probiere es nochmal so, das ist ja nicht. Ah, Mann. Es muss doch eine Möglichkeit geben, an diese Dreckskiste ranzukommen. Gut, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich gehofft hatte. Wenn wir den Eisblock teleportieren könnten, das wäre so viel einfacher, aber das geht leider nicht. Oh nein. Nein, ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, meine Fresse. Es ist so einfach, es war so einfach. Ah, so, hat sich wenigstens gelohnt. Eine neue Karte, flop, flop, rüber fliegend. Was auch immer man den Typen fragt. Er antwortet mit, wehe, ja, wuhu. Mag das Leben, Baby, mag nicht Regentage. Okay, hat sich wenigstens gelohnt, eine neue Sammelkarte. Meine Güte, es war so einfach. Es war so einfach. Und ich hab's mal wieder nicht gepeilt. Ei, ei, ei. Flop, flop. Nein, halt nicht. Flop, flop, flop. Flop, flop. Flop, flop. Flop, flop. So. Danke für die Heilung. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ah, hoffentlich gibt's jetzt keine Höhle mehr. Ein, ah, wieder ein Kaktus. Den belästige ich mal vorerst nicht. Oh, da sind ja viele Gegner. So, hier oben ist nix. Vielleicht ja unten. Da in der Mitte könnte was sein. Sieht mir, ist der wieder noch aus. Jawohl. So. Ab in die nächste Rätselhöhle. Okay. Ich hab's das Gefühl, dass ich, wow, mit dem Kaktus die Dinge erledigen muss. Au, 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 au. Ach, nee. Oh. Jetzt komm ich mit. Da oben sind Stacheln. Okay. Au. Ah, bin ich schlecht. Ey. Volliger Kaktus. Au. Au. Au, au. Geht's euch noch gut, Leute? Oh, ich laufe wieder. Das ist echt schwer, weil die einen halb sehr Schad machen. Viermal treffen und wir sind tot. Und das ist leider... Oh, natürlich hat er noch geschossen. Schade. Gehst du da oben bitte raus? Oh, nein, 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 nein. Okay. Ah, ah. Ich kann den Namen gerade nicht lesen, weil der Kaktus mir im Weg ist. Jetzt ist es aber gut. Oh, liegt da viele Herzen oben. So, was kriegen wir? Ein Karten... Oder ein Herzteil. Ich nenne es Herzteil. Es sind Herzteile. Meine Güte. Auch wenn es Papierfetzen ist. Es sind Herzteile. So, Punkt. Hier unten haben wir noch eine Höhle. Okay. Wenn du nicht weiterkommst, starte den Raum aus dem Pause-Menü neu. Neustartraum. Interessant. Ähm. Okay. Ähm. Nein, das bringt nichts. Das bringt nichts. Das, das bringt nichts. Okay. Kann ich mich... Ich könnte mich draufstellen. Hier könnte ich mich auch draufstellen. Den Eisblock wollte ich jetzt da oben hinschieben, dann wäre das Ganze gelöst gewesen. Aber ich komme hier nicht von links. Ähm. Dann ran, um den Eisblock nach rechts zu schieben. Ähm. Ham. Ich würde mich gerne... Was passiert eigentlich, wenn wir das hier machen? Okay. Wir müssen nicht nochmal raus und reingehen. Alles klar. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht ein kleiner Kniff ist, dass irgendetwas so bleibt, wie es ist. Dazu müssten wir aber wahrscheinlich einen Eisblock verschieben, um das rauszufinden. Nein, nicht in die Option. Neustart, bitte. Dankeschön. Okay. Bleibt nichts, so wie es ist. Bleibt nichts, so wie es ist. Bleibt nichts, so wie es ist. Bleibt nichts, so wie es ist.